Seit 27 Jahren trainiert er hier Autofahrer und es sind immer wieder die gleichen Dinge, die für die Übenden überraschend sind. Nicht nur für Fahranfänger, ebenso für viele Senioren, die er sich hier mehr wünscht. Viele ältere Menschen sind schon ihr Leben lang unfallfrei gefahren. Es kann aber sein, dass wenn sie älter werden, manche Dinge einfach nachlassen. Das Leistungstempo lässt nach und daraus können wieder Schwierigkeiten entstehen. Und deswegen hätten wir gerne, wenn mehr ältere Menschen zu uns kommen, wir haben einen speziellen Bremstest, wo man nochmal seine Fähigkeiten überprüfen kann.